Auf der Seite ist standardmäßig diese Grundschuldatenbank drinnen. Wenn ich eine eigene Datenbank habe und mit der arbeiten möchte, dann kann ich die natürlich entsprechend hochladen. Ich habe jetzt hier eine Höherliste Datenbank, sage Öffnen und dann ist die hier verfügbar. Ich kann mir auch hier unter Schema anschauen, wie die miteinander verknüpft ist. Wenn mir das jetzt so kompliziert ist, dann können wir aber zur Grundschuldatenbank wechseln und dann schauen wir uns hier das Schema an. Ich sehe in dieser Datenbank sind drei Tabellen drin, einmal Klassen, Lehrer und Schüler. Und durch diesen Farbcode sehe ich auch, wie die miteinander verknüpft sind. Also die Lehrertabelle ist mit der Klassen-ID auf die Klassentabelle verknüpft und die Schülertabelle ist über die Klassen-ID ebenfalls mit der Klassentabelle verknüpft. Wenn ich wissen möchte, was sich hinter dieser Tabelle befindet, dann muss ich natürlich erstmal eine Abfrage machen. Ich habe jetzt hier aber schon mal eine Vorschau. Also das hier sind die Schüler, was sich hinter dieser Datenbank befindet. Da oben sind die Feldnamen, die haben wir hier auch entsprechend. Und zu den Feldnamen haben wir auch hier definiert, was das für ein Datentyp ist, also Integer oder Text. Und genauso haben wir das auch mit der Klassentabelle. Also das ist bei den Klassen drin. Und bei den Lehrern haben wir hier diese Datensätze. Da sind es jeweils 4, bei den Schülern sind es 70. Wir können aber hier ebenfalls diese Tabelle ausgeben lassen, indem wir hier entsprechend den Befehl setzen. Das aber im nächsten Video.